hallo ihr lieben da sind wir wieder ja nachdem letztes mal alles so gut gelungen ist und alle sich so darüber gefreut haben über die videos haben wir uns gedacht machen wir mal noch welche oder was brauchen wir dafür zeigt man diesmal diesmal habe ich was ganz ganz besonderes für die übungen nämlich klopapier wahnsinn ja müsste eigentlich müsste eigentlich jeder in seinen haushalt haben eigentlich wollen wir anfangen hier klopapier vergessen super empfangen so nehmen wir eine liegestütze und dann schieben wir uns hier mal den ball hin und her und los und schnell jetzt hol dir, hol dir! supervis nächste va... hand... om man... ... ... ... ... ... ... .... ... ... Ja, das war unsere erste Übung für die Woche. Freut euch auf die nächsten Übungen, die sind nämlich genauso lustig. Tschüss. Du sag mal Mimi, wir haben was vergessen. Wie nennen wir denn eigentlich die Übung? Klopapierschubser. Wegen Klopapierschubser, alles klar. Ja, das war unsere Übung.